Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Geilenkirchen und all den dazugehörigen liebenswerten Ortschaften, am Sonntag ist es soweit. Der Bürgermeister wird gewählt und ihr könnt die Geschicke der Stadt mitbestimmen. Wir brauchen ein lebendiges Geilenkirchen. Eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen, eine Stadt, in der Einkaufen und Verweilen Spaß macht. Eine Stadt für jung und alt. Geilenkirchen muss die Menschen wieder begeistern. Die Stadt muss Freude machen. Das hat Geilenkirchen verdient. Es müssen Veränderungen her und deshalb geht bitte am Sonntag unbedingt wählen. Ich stelle mich der großen Herausforderung. Ich bin kein Mensch von großen Reden. Ich handele. Deshalb macht am Sonntag euer Kreuz hier. Bei Georg Schmitz, bei eurem Schorsch.